Ich weiß gerade echt nicht, was das war. Ich entschuldige mich dafür. Eine Neuverkabelung. Können wir hier auch einen Sprenkler anmachen? Vielleicht ist das Ding ja wasserscholl. Dann probieren können wir es. Türzugriff aktiviert die Sprenkleranlage. Das machen wir doch. Ist hier jetzt noch irgendwas, was interessant sein kann? Die MP-Mine. Ja, genau das fehlt uns. Was ist das? Das war 1,7,0,2. Das müssen wir eigentlich nur noch hinten in die Tür. Wenn es uns lässt. Wie bei Schränke sind, finde ich nicht so toll. Ist hier denn irgendwas zum Zoom gehabt? Gott 1. Oh. Wir haben einen zu den 21.037. Das ist ja ein tolles Zeitgleich. Kaputthauen. Ach, den haben wir auch noch. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Aber hier sieht es überall nach weiter aus. Oh, warum leuchtet das? Morley. Morley. Ich suche die Räume. Morleys. Vor allem in welchem der 10.000 Betten hat sie denn? Oder eher. Mädchen. Kann nicht so viel laufen, falls das Ding wiederkommt. Alles nehmen. Wir haben das Geräuber-Teil, glaube ich. Fehlt da für einen EMP. Oh. Weiß Kater. Fucken. Ellen. Sieht aber ein bisschen Comic aus. Familienfotos sind das nicht. Sieht ja auch aus, genau. Was haben die sich hier denn gegeben? Sind die alle... Oh. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht absolut nicht gesund aus. Das ist jetzt Kasse. Wie gucken die denn alle? Wie viel sogar? Nein. Mal. Alles nehmen. Jetzt möchte ich gerne so ein EMP. Ding bauen. Habe ich jetzt nicht mehr genug dafür, oder was? Ich weiß zwar nicht genau, was... Ich weiß zwar nicht genau, was... Was das jetzt bringt, aber... Eschweinchen angeschlossen, wir gucken mal nach. Oh. Oh. Vor Ihnen liegt ein dicker, lahmer Raumentzug. Sieh ihn an. Nein. Wir wollen ihn nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, okay, okay. Hä? Dann haben wir die Wege auch schon mal. Also wir müssen hier lang. bitte komm da einfach nicht runter gefallen oder so danke ich werde sowas von dankbar ich bin jetzt auch ganz bewusst drunter nicht lang es ist direkt über jetzt ist wieder eingeschlafen glaube ich was macht es denn da jetzt ist wieder jetzt kommt hier das ist schön dass das ding in die richtung geht in die wir auch müssen das ist auf jeden fall ein traum so 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 was untersuchen sie die Räume auf Dr. Jane Morris rum auch nicht runterfallen so 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 aber wir haben gespeichert es ist alles gut so kam das denn auf einmal her so 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 so